Ich bin sehr froh, es ist ein sehr guter Tag und der Schüttung war sehr gut heute, noch zu viel als gestern. Es ist etwas Neues und es funktioniert wieder. Tora Berger ist offensichtlich in einer tollen Form, nun der vierte Sieg in Serie. Wie ist Ihr Gefühl momentan? Was fühlt sie? Sie ist natürlich sehr froh und sehr glücklich. Ihr Schießen war heute deutlich besser als gestern und heute hat alles gepasst und sie ist super gut. Wie haben Sie die letzten Lieders hier in der Städte? Ich habe nur versucht, zu Ende zu Ende zu Ende zu kommen. Wie sie die letzten Meter im Stadion erlebt hat und sie sagt, sie hat schlicht und einfach versucht, mit aller Kraft, eben auf den letzten Meter nach vorne zu kommen und zuerst die Lieders hier zu gehen. So, es war die letzten Lieders hier, wenn du den Stadion abgehängt hast. Was war ich auf der Stelle? Ich habe nur versucht, zu erreichen, weil ich mich aus dem Stadion abgehängt, und ich war gerade vor mir. Ich war mit ihr in der Start des Lieders, und ich war so schnell und sah die zwei Leute vor mir. So, ich war so schwer, ich war so schwer. Und ich war so schwer, heute. Ja, das letzte Lieders hier in der Stadion, warst du sicher, dass du in der Stadion abgehängt hast? Nein, nicht at all. Ich war so schwer. Und heute war es gut genug. So, was the difference in shooting today? Oh, I'm not sure. Yesterday, I think I did something wrong with the win, and yes, I don't know what's happened, but yes, it was really terrible shooting. So, you feel pretty good going into the U.S. World Cups now? Yes, I do. So, I hope it's gonna be my first time in the U.S., so I hope it's gonna be nice. Alright, congratulations.